Guten Abend. Wieder einmal bedroht ein gefährliches Computervirus die vernetzte Welt. Das Programm Reconflicker löscht massenweise neue Daten und setzt Festplatten teilweise um Jahre zurück. Für unsere älteren Zuschauer erklären wir gleich, was ein Computer ist. Zunächst aber nach Afghanistan und zu Gundula Gause. Bei kriegsähnlichen Gefechten mit mutmaßlichen Terroristen hat die armeeähnliche Bundeswehr den Arsch voll gekriegt. Und warum? Weil kriegsähnliche Zustände scheiße sind, okay? Gewalt hat noch nie zu irgendwas geführt. Genau. Also wenn euch irgendjemand irgendwie sowas sagt wie, ey, das stimmt nicht so, ne? Dann haut ihm in die Fresse, bis er's checkt. Weißt du, wie ich meine? Ein bisschen Musik und immer genug Knabberzeug im Marschgepäck, dann ist man auch weniger aggro. Mehr kiffen, weniger killen, Leute. Das ist eine Strategie. Zurück zu Klausi. Peace. Geil, Gundi. Leute, dieses Virus-Dings ist immer noch unterwegs, ne? Also niemals ungeschützten Datenverkehr mit Leuten, die ihr gar nicht kennt, okay? Dazu habe ich hier noch eine Meldung vom... Internet-Sicherheitshauptamt. Ausländische E-Post mit unbekanntem Absender ist keinesfalls zu öffnen, sondern radikal aus dem Systemspeicher auszumerzen. Zur Wiederhandlung hat Todesfolge. Zurück zum Krieg mit Scharfführer in Gause. In Nordafghanistan errichteten Panzerverbände gerade einen neuen Bundesgau namens Deutsch-Südost-Thüringen. Der Reichstag beordnete bereits 3000 Sozialhilfeempfänger und andere asoziale Elemente dorthin ab. Zum Sandschippen. Jawohl. Neue Ansätze in Integrationspolitik. Reichstag beschließt Einführung neuer Schulungszentren, in denen Insassen ausländische Abstammung mit harter Hand in den deutschen Volkskörper integriert werden sollen. Oh. Dem Führer sei Dank. Ich meine natürlich Gott. Seien Sie versichert, meine Damen und Herren, dass uns das nicht dreimal passieren wird. Morgen laden wir uns eine aktuelle Antiviren-Software herunter. Versprochen. Bis dahin, Sieg, ich meine guten Heilabend. Schönen Abend. Was für ein Schlamassel. Wobei, Sie sahen in der Uniform gar nicht so schlecht aus. Finden Sie. Ich habe da noch die alte von meinem Opa, die könnte ich schnell... Nein, danke. Switch. Switch.